Frühstück bei Ikea? Let's go! Es ist Freitag, 10.15 Uhr und der Ikea ist absolut packed. Ich bin nicht die Einzige, die keine Ahnung hatte, wie popular Ikea Breakfast ist. Es gibt super viel Auswahl, unter anderem vegetarische Bällchen, Frühstücksteller und ein Buffet. Und classy, es gibt auch um 10 Uhr morgens schon die geniale Daim-Torte. Mit Kaffee bewaffnet am Tisch angekommen, muss ich erstmal alles auspacken. Ab geht's zum Taste-Test. Wir starten mit einem gebackenen Camembert. Ganz gut, 7 von 10. Danach kommt dieses kleine Omelette, bisschen Gummi-Textur, 6 von 10. Danach ein Favorite, Nutella-gefüllter Pfannkuchen, mega lecker, 9 von 10. Als nächstes teste ich diese vegetarischen Bälle und es stellt sich die Frage... Sind die vegetarisch? Ich glaube irgendwie nicht. Daher gehe ich schnell weiter zum Käseteller. Der ist solide, 6 von 10. Zum krönenden Abschluss, ihr kennt mich, meine Favoritin, die weiße Daim-Torte. Einfach köstlich, weil ich anschließend ins Food-Koma falle, gehe ich hoch in die Schlafzimmerabteilung für einen Nap und wache genau pünktlich wieder auf für...